Hier. Zack. Produk-Lizenz. Können wir jetzt zwar noch nix kaufen, aber wir haben jetzt die Lizenz. Da müssen wir aber auch gleich dann wieder einiges nachkaufen. Das sehe ich schon. Komm. So, ich würde gerne meine Regale auffüllen, Freunde. Weil ich sehe schon, da fehlt wieder was. So. Äh, mit was will ich eigentlich auffüllen? Wir haben gar nix mehr zum auffüllen. Alles leer. Alles leer gekauft. Unser ganzer Vorrat hier. Schoki-Pick noch am Start und das ist jetzt auch leer. Wird jetzt blöd, ne? Ich meine, wir haben gut Cash gemacht in der Tash, aber müssen halt auch jetzt einiges nachbestellen, weil nix mehr da ist. So, 6,80. Danke. Ich mach hier gleich zu dann. Trinkt ja nix. Der findet ja dann nix mehr hier. Na, der Kauf ist da alles leer. So, danke. Oh, jetzt mach ich aber auch hier zu. Also, das reicht jetzt hier. So, danke. Sie können natürlich noch ganz in Ruhe einkaufen. Gar kein Problem. Aber wir haben halt nix mehr, ne? Ist alles leer. Alles leer. So. Halt. Äh, 15, 17. Meine Herren. Sie haben aber auch wieder einen großen Einkauf hier dabei, ne? 33,55. Alles klar. Danke schön. Ja, Brot ist leider schon leer. Tut mir leid. Kommen Sie morgen wieder. Bitte kommen Sie morgen wieder. Bitte. Bitte, bitte kommen Sie morgen wieder. So, ähm, okay. Käse. Eier. Fangen wir damit mal an. Käse. Einmal. Eier. Einmal. Susu. Ja, einmal Susu. Einfach safety first. Ein Susu am Tag. Einen bitte. Wir müssen jetzt echt ein bisschen finanziell ein bisschen gucken. Kaffee ist schon wieder leer. Das haut halt rein, ne? Kaffee. Kaffee haut rein. Tee haut rein. Welch ist noch starr? Äh, Öl. Öl. Zwei, ja, bitte. Nugeln, zwei, ja, bitte. Beziehungsweise. Maximal. Kann man maximal zehn Sachen bestellen. Okay, das ist blöd. Aber gut, dann machen wir das. Danke. Alles klar. So, neun Teil am nächsten Tag. Alles klar. Ein Brot müssen wir mit dem Preis runter senken. Und Mehl haben wir gerade beides nicht mehr. Deswegen gar kein Problem. So, wir bestellen das erstmal. Und dann machen wir gleich einfach weiter. Äh, vorher zahl ich aber ganz kurz hier die Miete oder so, ne? Verwaltung, Rechnungen. Ja, hier. Immer bezahlen, bitte. So, und dann haben wir nämlich schon nochmal deutlich weniger Kohle hier in den Täsch. So, Nudeln, 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 Nudeln. Ähm, packen wir wieder da hin. Moin, Lea, bist wieder da. Sehr cool. Freut mich. Wir haben hier gerade Probleme. Die haben alles leer gekauft. Guck. Alles weg. Alles weg. Einfach alles weg. So, dann machen wir hier hinten wieder Lager. Dann müssen wir jetzt ganz schnell auffüllen, aber wir haben wahrscheinlich gar nicht genug Geld, um alles aufzufüllen. Oh. Na los. Zu blöd da reinzulauchen, oder was? So. Ähm. Dann machen wir das wieder hier. Käse. Eier. So. Machen wir daneben. Weil eigentlich will ich ja gerne mal eine neue Lizenz kaufen, aber, äh, ja, also heute habe ich deinen Namen auf jeden Fall noch im Kopf. Ob ich beim nächsten Mal noch mal habe, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich ja, aber ich kann es nicht versprechen. Ich bin sehr vergesslich. So. Ähm. Was packen wir da hin? So, Öl, Öl, Öl. Alles klar. Öl ist auch am Start. So, dann haben wir hier noch mal Öl als Vorrat schon mal. Ey. So. Dann... Moin, lol. Deswegen einen Kaffee, ne? So. Rate mal, wie alt ich bin. Äh, zwölf. Ah. So. Schoki-Pig, äh... Haben wir... Hab ich Schoki-Pig? Ne, hab ich nicht gekauft. Dann brauchen wir Schoki-Pig, Mehl, Toastbrot. Und der Rest ist noch am Start. So, das heißt Schoki-Pig... Äh, Mehl... Toastbrot. Und dann sind wir die ganze Kohle wieder los. Scheiße ist es doch. Wie soll ich denn so... Mein Wachstum hier? Abschnitt, beziehungsweise Lizenzen. Ich hätte hier gern... Die... Die Produktlizenz für 400 Euro. Läuft aber gerade noch nicht. Läuft noch nicht. Oder das Lager, aber... 800 ist halt schon übel. Einstellen. Und mal Level 10. Ja, da rufe ich auch noch ein bisschen weg. Dann kostet der Lohn. Aber... Wir hätten halt dann mehr Zeit zum Auffüllen. Wobei, man könnte auch... Aber für einen Auffüller brauchen wir Lager. Hm. Okay, gut. I see, I see. Müssen also noch selber buckeln erstmal. So, dann Toast. Toast, Toast, Toast. So, hi, was läuft? Ja, äh, ich spiele den Supermark-Simulator, weil heute ist wieder angezeigt und ausprobiert zu tun. Wie immer am Anfang des Monats, ne? Du kennst ja schon, Co-Craft-Arts, beziehungsweise... Ja, doch, Co-Craft-Arts. Oder soll ich dich Nightcrestle nennen? Wie soll ich dich jetzt eigentlich nennen? Haben wir nicht drüber gesprochen. Da eine Ecke, weil ist angebrochen. So. Wupp. Das Mehl kommt hier um die Ecke. Zack, zack, zack. Da immerhin. So. Das Toastbrot kommt auch da um die Ecke. Co-Craft-Arts ist besser. Alles klar. Alles 9 leer. Okay, ja, dann habe ich ein bisschen falsch gelegen. Macht aber nix. So, wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, offen Mittel. Miete habe ich schon bezahlt, oder? Ja, Miete habe ich jetzt schon bezahlt für heute. Das heißt, das haben wir wenigstens nicht mehr. Ich habe meinen Bonsai-Baum aus Lego. Kannst du sagen, ob der cool aussieht? Ich habe den Bonsai-Baum von Lego auch. Der steht bloß nicht hier. Aber den habe ich auch. Und ich finde ihn cool. Ich habe tatsächlich fast alle Lego-Blumen. Ich habe... Da hinten siehst du es ganz bisschen. Die Orchidee. Ne, hast du ja ganz kurz gesehen. Ich habe die Paradiesvogel-Blume. Ich habe den alten Blumenstrauß. Und ich habe auch den Bonsai. A Nightcastle ist ein zufällig generierter Name. Ah, okay. Okay. Dann nenne ich doch einfach um. Oder geht das nicht? Guten Tag, hallo. Einmal Großeinkauf bei Ihnen. Das sehe ich schon. Ach, scheiße. Ich habe die Preise nicht angepasst. Warten Sie. Warten Sie. Bitte kaufen Sie nichts. Ich habe die Preise noch nicht angepasst. Scheiße. Der Toast ist viel zu teuer. Ähm. 3,50. Das ist okay. Das ist auch okay. Auch okay. Aber hier können wir ruhig 3,20 Euro dann machen. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss hier nur kurz meine Preise aktualisieren. Sehen Sie mal. Sie kaufen es trotzdem. Auch wenn es andere Preise hat. Ich mache das jetzt mal genau auf Marktpreis. Das ist okay. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ich bin gleich bei Ihnen. Gleich bei Ihnen. Jawollo. Ja, komm doch noch mal auf 3,40. Dann die 10 Cent, die muss ich mitnehmen. Alles mitnehmen hier. Ja, das lassen wir so. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist aber was los hier. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich bin schon da. Alles klar. Oh, der Kaffee geht auch weg. Wie warme Semmeln hier. Äh, äh, 20, 4, oh. Tai, oi, oi, oi. 24,95. Alles klar. Danke, tschüss. Ach Gott, ach Gott. Ähm, äh, 20 Cent. So, tschüss, tschüss, tschüss. Danke. Du hast dich unbenannt. Warum? Guck noch mal nach, ob das geklappt hat. Weil ich, sonst, also ich habe das ja auch gemacht. Und das hat sofort ohne Probleme geklappt bei mir. Checkst du einfach noch mal nach. Hast du auch die Minipflanzen? Ne, die Minipflanzen habe ich nicht. Weil ich muss wieder mit den Sukkulenten finde ich einigermaßen so gut. Weil da gab es doch diese eine neue Blume jetzt auch noch oder so. Oder es soll jetzt kommen. Die fand ich auch ganz cool. Das Problem ist nur, ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich habe hier genug Lego Blume gesteckt. Einfach keinen Platz mehr jetzt. So, jetzt haben wir hier mal ganz kurz einmal ein bisschen, äh, Luft, um das aufzufüllen. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ist voll. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich mache kurz noch einen Kaffee hier rein. Oh, da war ich schon wieder mit dem Kaffee. Ich muss noch ganz kurz einen neuen Kaffee bestellen. Achtung, Obacht, Achtung. Zack, zack, zack. Schwupp, ja, ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe noch kurz einen neuen Kaffee. Alles klar, alles klar. Gleich bei Ihnen. Das scheiße Mehl ist auch schon wieder leer. So, ähm, das ging hier auch wieder weg wie sonst was. So, guten Tag. Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Du, 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 du. Ich bin im japanischen Garten. Da bin ich noch nicht. Ja, kannst du auch Croco nehmen. Oder mit irgendeiner Zahl, falls es halt schon was vergeben ist, ne? Hallo, guten Tag, hallo, wie geht's sehen? Guten Tag, ich bin der Geschäftsführer. Guten Tag. Freut mich, dass Sie hier heute meinen Supermarkt besuchen. Ich kann nochmal Wasser bestellen. Ich bin bald leer. Ja, bin mit bei Ihnen. Ganz kurz Nachschub für Siegurot hier. Sollen wir nicht verdursten. Ja, und jetzt bin ich da. 10 und 20. Okay, tschüss. 25, 80. Alles klar, tschüss. Morgen bekomme ich die Meta Quest 2. Ah, cool, habe ich mir auch gekauft vor einiger Zeit. Vor irgendwie einem Monat oder zwei. Ich spiele aber leider irgendwie gar nicht so viel damit. Also ich finde sie super cool, echt. Vor allen Dingen, ich spiele super gerne Fruit Ninja drauf. Aber irgendwie habe ich keine Zeit dafür. Dann zocke ich halt hier, dann zocke ich Minecraft, dann programmiere ich für meinen Vibe. Irgendwie komme ich dann gar nicht so viel. zum Quest spielen, wie ich gerne würde. Und ich wollte auch mal hier im Stream eigentlich, im Angezogenen ausprobiert, beziehungsweise in einem anderen Tag einfach auch mal eigentlich mit der Meta hier einfach onstream spielen. Wäre, glaube ich, auch ganz cool. Aber habe ich bisher leider noch keine Zeit zu gehabt. So, Ölmüll. Ölmüll ist okay. Toastbrot. Komm, Toast können wir mal auffüllen. Zack, zack. Bin gleich bei Ihnen. Ich fülle noch das Toast auf, weil es ist leer. So. Oh. So. Wir stellen noch kurz ein neues Toast. Warten Sie bitte kurz. Warten Sie bitte kurz. Ich bestelle noch ein Toast. Zack, zack. Kaufe. Und habe ich mir schon bezahlt. Für heute. Hier ist es auch noch mal ganz kurz. Ja, habe ich schon. Sehr gut. 2. 90. Also, ich finde gut. Versuch, äh, nur noch 300 Euro, was sie im Schnitt kostet, kriegt man. Da finde ich echt viele Geroten. Eine komplett wireless VR-Brille. Also ich habe vor vielen Jahren mal die erste Oculus ausprobiert. Ich habe mal die erste HoloLens ausprobiert. Also ich habe mir die nicht gekauft, aber ich hatte halt die Möglichkeit, die auszuprobieren. Netterweise. Das habe ich dann auch alles damals gemacht. Und das ist schon eine krasse Verbesserung, die seit damals, 2018 passiert ist. Und wie gesagt, ich finde es echt eine coole Nummer. Aber ich habe mir auch diesen Elite-Kopfrahmen geholt. Du wirst nicht fündig in diesem Laden, Epic. Warum nicht? Ist doch alles da. Alles am Start, oder nicht? Alter, das Mehl ist schon wieder leer. Was ist denn los mit denen? Warum wollen die denn so viel Mehl futtern? Dann bestelle ich nochmal Mehl hier, bevor das hier gleich auch noch wieder Markt. Mehl, Mehl, Mehl. Zack, einmal bestellen hier nochmal. So. Guten Tag. Jetzt kann ich mir vielleicht sogar die nächste Produktlizenz gönnen. Dann müssen wir gleich mal gucken. Tschüss, danke. Ja, Mehl. Ich arbeite dran. Ist doch schon wieder aufgefüllt. So, 4,20. 4,20. Hm, genau, genau. Hast du schon mal Minecraft VR gespielt? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Geht das überhaupt so einfach? Ich weiß es ja, ich weiß es ja gar nicht. Ja, danke. 30,70. Alles klar, danke, tschüss. Ich kann mir jetzt die andere Produktlizenz holen, oder? Beziehungsweise ich sollte es noch nicht machen. Ich muss gleich erstmal angucken, wie viel wir hier verkauft haben und was wir nachkaufen müssen. Und dass wir euch jetzt eine Produktlizenz holen und dann keine Ware mehr kaufen können. Aber wir haben auf jeden Fall genug Geld, damit wir uns mit dem Umsatz vom nächsten Tag dann auf jeden Fall eine Produktlizenz zu holen. Wobei das ja den Stress eigentlich auch nur erhöht, ne? Die Produktlizenz. So, ganz kurz mal einmal. Ich habe das Gefühl, dass das Licht jetzt ein bisschen zu warm ist hier. Hä, wo ist jetzt hier? Ich würde mal meine Lampe noch mal ganz kurz umstellen hier. So ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Wie lange muss man die einsteigen? Wie, wie lange muss man die einsteigen? Die Lampen? Nicht lange. Hast du gesehen? Ging ganz schnell. Musst du nur kurz die App suchen. So, 1,40 Dollar. Tschüss, danke. Wir sehen uns bald wieder. Ei, der Witzker geht das hier ab. 46,60. Richtiger Großeinkauf. Danke. Ach, ne, VR-Brille. Ach so, ne, das dauert nicht lange. Du musst die halt nur aufladen, weil die nicht so viel Akku hat. Aber sonst geht das relativ fix. Oh, ich finde nix. Was nehme ich jetzt? Ich finde kein Produkt. Ich kann Ihnen ja mal helfen, gute Frau. Was brauchen Sie denn? Wollen Sie vielleicht ein bisschen Susu haben? Ist kein Problem. Habe ich noch im Lager? Gucken Sie mal. Ein bisschen Susu. Nein? Kein Susu für Sie? Guck mal, jetzt habe ich das extra rausgeholt. Nudeln? Auch kein Problem. Wir brauchen Seenudeln. Aha. Sie hat wirklich auf Nudeln gewartet, glaube ich. Wie viel Wotschlein mir noch fehlt? Für was? Ich habe ja nicht mal genug Abos für irgendwas. Schauen wir mal auf meine Abo-Zahl. 167 oder so. Nee, nicht Mino. Äh, Öl. Guck mal, wir packen mal Öl aus hier. Taktaktaktaktak. Wie lange dauert es einen Metakonto zu machen? Öl, nicht lang. Facebook-Konto. Das dauert halt genauso lang, das anzulegen, wie jedes andere Konto im Internet. Ja? Also, halt nicht lang. so werft hat eine ecke jetzt ich auch eine gute art und weise es zu lagern und findet nichts egal alles einmal da einfach hinterwerfen ist noch die rohen eier so guten tag aber 640 tacken das ist nice also da kann ich auf jeden fall jetzt noch mal ein bisschen ware bestellen auf vorrat und so gleich mal gucken was wir brauchen wie kann man abonnieren auf youtube kannst du mal den abonnieren knopf drücken wir brauchen milch wir brauchen eier wir brauchen käse wir können den kaffee auch mal auf den tee es fehlte 1 das ist ja lächerlich kaffee war schon wieder fast leer so das heißt wir brauchen vielen dank für den abonnern auf jeden fall freut mich sehr ist noch die glocke aktivieren kriegst benachrichtigung wenn ich das nächste mal streamen stream normalerweise jeden mittwoch aber manchmal auch spontan deswegen am besten wirklich die glocke aktivieren so dann brauchen wir noch oder zucker und kaffee milch brauchen wir eier wasser wasser ne wasser ist fein ich nehme ich vielleicht zwei pakete glaube ich nur und ansonsten habe ich jetzt also kann ich nicht mehr das ist ein anderes thema cocrafter und ich suche nicht aktiv jetzt in diesem moment gerade oha tschüss oha das ist okay das ist okay das ist okay komm nimm mir die 10 cent nochmal mit das ist okay auch okay oha da nehmen wir natürlich die preiserhöhung mit das entfällt genau auf den preis das ist in ordnung und auch das ist in ordnung so achso ich habe noch nicht bestellt das mache ich jetzt und dann gucke ich mal nach unserer Lizenz hier Produktlizenz können wir jetzt zwar noch nichts kaufen aber wir haben jetzt die Lizenz das ist schon mal viel viel wert weil dann können wir gleich noch andere Produkte auch kaufen ich meine den werden die jetzt wieder rumholen ich habe ihn nicht gefunden aber das ist egal hä so äh Kaffee Kaffee tut keinem weh Käse Mäse Käse Mäse